Seid gegrüßt, liebe Windelträger, zu einem neuen Praxistest. Die Windel, die wir uns heute zusammen genauer anschauen, stammt von einem neuen Hersteller in der ABDL-Szene, Lantard Genie. Das Unternehmen wurde erst 2022 gegründet und hat inzwischen mehrere Windeln auf den Markt gebracht. Es wird also höchste Zeit für einen Praxistest. Die Lantard Genie Dino kommt in einer klassischen Packung, also durchsichtig mit einem Aufdruck auf der Seite und widersetzt sich damit den Trend, diese auch bunt zu bedrucken. Ich habe Größe mit einem Taillenumfang von 70 bis 100 cm gekauft. Das Paket wurde im Oktober 2022 produziert. Wie man sich beim Name schon denken kann, sind Dinos das Hauptmotiv dieser Windel. Sie ist auf der ganzen Fläche damit bedruckt. Zwischen den Dinos in verschiedenen Farben sieht man auch immer wieder den Log-Schriftzug als Abkürzung für Lantard Genie. Das Unternehmen scheint den Markt beobachtet zu haben, um eine Windel zu produzieren, die möglichst alles zusammenbringt, was die große Mehrheit der ABDL mag. Sie ist Außenausfolie, die sich dicker anfühlt und im Praxistest nie gerissen ist. Verschlossen wird sie mit Klebern aus Plastik, die wieder verschließbar sind. Auch das hat in meinem Test ohne Probleme funktioniert. Sie lassen sich leicht anbringen und halten die Windel fest. Mehrmals habe ich die Windel in der Nacht getragen, dort sind die Kleber ebenfalls nicht gerissen. Man spürt, dass es sich um eine dicke Windel handelt, wie es viele aus unterschiedlichen Gründen mögen, für die Sicherheit, ein hohes Saugvolumen oder weil man es persönlich vom Gefühl her lieber mag. Dabei ist sie nicht so starr, wie man es von Krinkels her kennt, sondern passt sich ohne Falten oder Kneten gut an den Körper an, so wünscht man sich das. Dementsprechend kann man sie auch leicht aus der Packung entnehmen, weil sie nicht stark hineingepresst wurde. Ein Blick auf die Waage bestätigt meinen Eindruck, mit 229 Gramm Leergewicht gehört sie definitiv nicht mehr zu den dünnen. Das ist alles gut, aber kein Alleinstellungsmerkmal. Mittlerweile gibt es einige Windeln auf den Markt, die diese Kriterien ebenfalls erfüllen würden. Bei einer Sache geht Land of Genie einen anderen Weg als viele andere, beim Außenmaterial. Natürlich setzt man auf Folie, das ist klar. In meiner Umfrage hatten weit mehr als 80% von euch gesagt, dass sie viel lieber Folienwindeln tragen, statt der Cotton-Alternative. Die Folie von Land of Genie ist auffallen anders, sie ist eher matt und erinnert ein wenig an das Gefühl einer Regenjacke von außen an der Seite, die wasserabweisend sein soll. Mir fällt es schwer, das als gut oder schlecht zu bewerten. Am Anfang war es ungewohnt, weil viele Windeln eine weichere Folie haben und diese Art eher selten ist. Ich erinnere mich nur an die Kiddo Sailor, die eine ähnlich auffällige Außenfolie hatte. Nachdem ich einige Windeln getragen hatte, nahm ich es nicht als schlechter wahr, sondern nur anders. Man kann sich daran gewöhnen, im Gegensatz zu Karten, was ich trotz eines zweiten Versuches mit einer ganzen Packung bis heute unangenehm finde. Von der Qualität gibt es an der Folie der Land of Genie Dino nicht zu bemängeln, sie ist ausreichend dick und stabil. Werfen wir einen Blick auf die Saugleistung. Wie bei jeder Windel habe ich sie so lange getragen, bis sie mit Auslaufen beginnt. Die Land of Genie hat fast genau bis 2 Kilo durchgehalten, exakt war das höchste Gewicht im Test bei 2008 G. Das liegt etwas über dem Durchschnitt und ist ein solides Ergebnis, mit dem sie sich nicht zu verstecken braucht. Noch interessanter finde ich die Saugleistung im Vergleich zum Preis. Eine Packung mit 10 Windeln kostet 28,90 Euro, also 2,89 Euro pro Stück. Rein für die Saugleistung ist sie damit kein Schnäppchen. Es gibt andere Windeln, die mehr aushalten und sogar weniger kosten. Mein Lieblingsbeispiel ist die Little Rascals V2, kostet nur 2,69 Euro pro Stück und hat im Praxistest etwas mehr ausgehalten. Was das Verhältnis von Preis zur Leistung angeht, liegt die Rascals damit an der Spitze. Allerdings hat die Little Rascals optisch andere Motive, außerdem besitzt sie eine weichere Folie außen. Das können subjektive Dinge sein, die manchen nicht gefallen. Wer meine anderen Praxistests angeschaut hat, wird wahrscheinlich schon selbst gemerkt haben, die eiligende Bollmichsau gibt es auch unter den Windeln nicht. Immer muss man abwägen, was einem wichtig ist. Wer zum Beispiel bestimmte Motive möchte, zahlt dafür meistens etwas mehr. Soll die Windel möglichst günstig sein, hat man optisch weniger Auswahl und muss vielleicht auch an anderer Stelle Kompromisse machen, wie beim Kleber. Kompromisse gibt es bei der Land of Genie eher weniger, sie hat viele Merkmale, die ABDL wichtig sind, ohne sich dabei groß von der Masse abzuheben. Man könnte die Dinos vielleicht noch als eher unüblich bei der Wahl des Motives für den Druck sehen. Heraus sticht vor allem ihre Folie, die sich anders anfühlt, als bei den meisten anderen Windeln. Ob einem das gefällt, probiert man am besten selbst aus. Wer Folie mag, kann sich damit sicher deutlich eher anfreunden, als mit Karten, was sich ganz anders anfühlt. Mein Fazit zu Land of Genie ist daher positiv, Sie versuchen etwas relativ Neues mit Folie. Ich werde noch die anderen Land of Genie-Windeln ausprobieren. Es zeichnet sich bereits ab, dass ein Teil davon wohl eine sehr ähnliche oder sogar die gleiche Windel aus technischer Sicht ist, die sich nur durch ihre Aufdrucke entscheidet. Das kennt man beispielsweise von Krinkelz. Zu den anderen Windeln werden noch eigene Videos folgen, indem ich mir das genauer anschaue und sie ebenfalls dem Praxistest unterziehe, um herauszufinden, ob es deutliche Unterschiede gibt. Bis dahin schaue gerne meine anderen Videos an, dort findest du Tests von anderen Windeln. Falls dir die Land of Genie nicht gefallen hat, ist dort sicher eine Alternative für dich dabei. Neben den Tests mache ich auch Videos zu Tipps und Tricks für alle, die Windeln tragen oder tragen möchten. Schreib gerne in die Kommentare, wie dir die Windel gefallen hat, ob du sie ausprobieren möchtest oder vielleicht sogar schon getragen hast. Bleib trocken, bis zum nächsten Windelvideo. Schreib gerne in die Kommentare, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.